So, da sind wir bei den nächsten Aufgaben, nämlich die normalen Wochenaufträge, Etablierer, eine Geräteverbindung in der Nähe von Command Corvon, The Fortress oder Loot Lake. So, ich gehe jetzt einfach mal ganz entspannt zum Loot Lake runter. Nur denkt dran, erwartet nicht zu viel von der Runde an sich, nämlich die meisten werden euch abcampen. Wir gehen einfach hin, holen uns die Aufgabe, die wir halt machen müssen. Ich zeige euch nur gerade hier in Loot Lake, es ist halt genau hier in der Mitte. Ich suche schon den blauen Punkt, ja da sehen wir schon, genau da. Da wird natürlich jetzt, ihr seht schon, einer, zwei, jetzt wird natürlich direkt eine Waffe geholt. So, er geht in das Haus, er geht in das andere Haus. Wir gehen da hin, holen uns schnell die Aufgabe und probieren abzuhauen. Achtung, Badness geht in die Hose. Der Ursprung hat derzeit Probleme, die feindlichen Truppen im Blick zu behalten. So, war mir klar, wir wissen ja, wie es läuft. So, hier sind die Klombeeren. Aber ich wollte euch auch nur zeigen, wo ihr das Ganze machen könnt, beziehungsweise die Aufgabe bekommt. Und in dem Sinne würde ich sagen, sammle ich jetzt erstmal meinen Loot und gehe dann ganz entspannt die Aufgabe weitermachen. A-Einnahme schon hier. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, wo ihr das Ganze findet, was ihr machen müsst. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein. Ciao, ciao. Vielen Dank.